willkommen bei zur vorschau im heutigen video sehen wir uns die besten luftentfeuchter für autos im test an ich habe diese liste basierend auf meiner persönlichen recherche und meinung zusammengestellt und versucht die produkte nach preis qualität langlebigkeit und mehr aufzulisten wenn du den preis sehen und mehr über diese produkte erfahren möchtest kannst du die links in der beschreibung anklicken legen wir jetzt also am besten gleich mit der liste gefangen auf platz nummer fünf haben wir der vergleichssieger 2021 luftentfeuchter auto mit einem kilogramm fassungsvermögen kann der makari auto luftentfeuchter viel feuchtigkeit aufnehmen und er nimmt auch klatsch und ratsch generell gut auf das preis leistungs verhältnis leidet allerdings ein wenig da das modell auf einem etwas höheren preisniveau liegt für das kissen wird tongranulat verwendet das sowohl saugfähig als auch sicher ist außerdem lässt es sich leicht wieder trocknen so dass das kissen schnell wieder einsatzbereit ist die verarbeitung ist tadellos und es kann natürlich auch außerhalb von autos verwendet werden es nimmt feuchtigkeit nicht so gut auf wie einige andere lösungen und obwohl es etwas teurer ist gibt es keinen hinweis oder eine anti rutsch unterlage insgesamt ist das preis leistungs verhältnis für ein gerät aus deutscher produktion noch günstig natürlich tropft es nicht und auch die nähte halten so dass sie das kissen lange zeit zuverlässig im auto verwenden können 4 ist der 4x ultra fresh luftentfeuchter bei dem komplett paket von koopmann handelt es sich nicht um einen luftentfeuchter für das auto sondern um eine entfeuchter box die für räume bis zu einer größe von 25 m2 verwendet werden kann jede der vier boxen des sets enthält zwei nachfüllbeutel mit granulat dies zeigt an dass sie über eine ausreichende menge verfügen und derzeit kein zusätzliches granulat kaufen müssen die box selbst ist einfach nachzufüllen aber da das granulat nicht effektiv getrocknet werden kann entstehen zusätzliche ausgaben andererseits ist die entfeuchtungsleistung recht gut und es kann viel feuchtigkeit gebunden werden da insgesamt 3,2 kg granulat enthalten sind die box ist perfekt wenn man zum beispiel ein auto über den winter einlagern möchte um schimmelbildung zu vermeiden für den täglichen einsatz in fahrenden fahrzeugen ist sie allerdings nicht ideal da sich die boxen sonst im fahrzeug bewegen könnten platz nummer drei haben wir der thoma erdry silica gel die kiesel gel kissen von thoma sind mit einem gesamtgewicht von 1,5 kg ziemlich schwer und können zusammen bis zu 600 cm kubik flüssigkeit aufnehmen die kissen sind robust und zuverlässig weil sie insgesamt sehr gut verarbeitet sind trotz der höheren kosten ergibt sich durch das große fassungsvermögen ein sehr günstiges preis leistungs verhältnis hat das kissen viel flüssigkeit aufgesaugt kann es einfach in der mikrowelle im backofen oder auf der heizung getrocknet werden leider gibt es keinen hinweis darauf wann das kissen getrocknet werden sollte und trotz des höheren preises gibt es keine antirutschmatte das kissen selbst tropft nicht und es kann auch außerhalb des autos in anderen engen räumen verwendet werden unterm strich das produkt überzeugt auf ganzer linie durch seine hervorragende saugfähigkeit und die einfache handhabung nummer zwei ist der hoome luft entfeuchter auto die rutschfeste unterlage 1 kg kieselgel dass es ermöglicht viel feuchtigkeit aufzunehmen und die tatsache dass es wiederverwendbar ist haben dazu beigetragen dass das kieselgel kissen von home uns im test überzeugt hat sie können es dazu einfach im ofen oder in der mikrowelle trocknen das kissen ist sehr gut verarbeitet handlich und offensichtlich tropfsicher aufgrund des fehlenden indikators und des etwas höheren preises des modells ist das preis leistungs verhältnis nicht ganz so gut wie es sein könnte aber im großen und ganzen ist es dennoch sehr empfehlenswert da es etwa 400 ml flüssigkeit gut binden kann natürlich können sie ihn auch in anderen räumen verwenden alternativ können sie den luft entfeuchter auch in einer box mit zwei kissen von insgesamt einem kilogramm gewicht oder zwei kissen von insgesamt fünf kilogramm erhalten schließlich die nummer eins auf unserer liste der pingy luft entfeuchter auto ein das pingy luft entfeuchter kissen konnte sich als testsieger und top auto luft entfeuchter etablieren das reichlich vorhandene aktiv kohle granulat absorbiert die feuchtigkeit im allgemeinen gut solange die temperatur nicht zu hoch ansteigt was dem material schaden könnte ist auch das trocknen in der mikrowelle oder im backofen kein problem der indikator des kissens hilft ihnen genau zu wissen wann es einsatz bereit ist und wann es trocknen muss wenn das kissen zu viel flüssigkeit aufgesaugt hat färbt es sich rosa insgesamt ist die verarbeitungsqualität hervorragend vor allem in anbetracht des günstigen preises um das beste modell für die größe des innenraums zu wählen können sie das kissen in verschiedenen größen mit 300 700 oder 1000 gefüllung erhalten das kissen hat keine rutschfeste oberfläche daher kann es bei kurvenfahrten auf dem armaturenbrett verrutschen wir empfehlen daher es gegebenenfalls auf eine unterlage wie immer findest du alle links zu diesen produkten in der beschreibung unten danke fürs ansehen und wenn du dieses video nützlich gefunden hast gib ihm doch ein like und teile es und vergiss auch nicht unseren kanal zu abonnieren für mehr coole videos wie dieses